ich weiß jetzt haben wir schon taten nachdem wir gestern knapp 6 stunden aufgenommen haben geht heute weiter also von 17 30 bis 23 30 haben wir gestern gemacht ja schon mal herzhaft jetzt bin ich fertig beim frühstücken des textur an oder was ja wie letztes mal baller baller die ich mir hier rein stelle irgendeine aufnahme hast du wirklich durch chips gegessen ist das schlimm gewesen ich weiß nicht in welcher in irgendeiner aufnahme war es jedenfalls kann man aber auch golf gespielt das ist alles voll drauf ich weiß gar nicht wie viele videos mit dabei in der playlist haben das müssten auch schon fast über 100 sein ja wie gesagt ich habe nur gestern erzählt ich wundere zeit dass ich zurzeit so einen kleinen backup in meinem youtube kanal ok und zwar wenn ich bei mir auf videos im profil klicke noch das ab einer gewissen stelle auf die das geht die videos gehen bis zu einer gewissen stelle habe ich irgendein von clancy video und dann hört das halt irgendwie einfach auf und wenn ich aber nicht von von neu auf alt sondern von alt auf neu die sortierung macht dann werden wir alle angezeigt wir sind auch alle noch da die videos das wird halt nur bei der einen liste irgendwie mit und auf wir haben jetzt mit dem als ein meiner videos komplett auseinandergenommen ich habe aufgenommen und das video sagen ich für 47 minuten lang das hat mir so komplett auseinandergenommen hat teile von dem video nach hinten gehauen in die mitte dann am anfang noch mal irgendwo was es abartig ich weiß nicht das kann ich nicht krieg das nicht gerettet mit meinem programm ok das war zu viel ja das habe ich jetzt auch keine gedacht im moment was ist es und durch runter durch nicht dran vorbei ja da war eine anhörung die mir die durch die vorbeigerollt bin ich wollte sagen ich locker da rein rutschen da rein aber sei leichter schräge ja 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 keine keine moment war das war schwierig da muss ich muss ich passen die waren vor dem ohne die bande dahinter wo ich auch nicht ohne die bahn ich bin ja genau drin herzhaft jetzt doch man das ist hoch ein bisschen mehr kraft wäre drin gewesen die schläge schade der freudig heute da jedes mal wieder rein in diese ecke da was ist so knapp Ich fahre gar nicht. Oh, okay. Der ist einfach komplett überall weg. Warte mal, ich muss jetzt gleich mal gucken, was er jetzt spielen muss. Okay. Ja. Der war nicht schlecht eigentlich. Nee, das war zu. Okay, das hat jetzt mal gar nichts gebracht. Oh, übers Loch gewünscht, Alter, Mann. Das war auch nicht so clever, aber man kriegt den jetzt da noch rein. Das ist nicht wahr, dass ich jetzt gute dritte, der mir trotzdem umliegen. Fünf. Der ist dick, ist da oben, ne? Ach Gott. Zwei Schläge. Ja, ich bin das erste Mal an der Kante von der Kuhl in der Mitte hängen geblieben. Und natürlich drüber hinaus, ist ja klar. Ah, scheiße, das ist so niedrig. Das ist nicht wahr, das war ein Ticken zu viel. Also, mit voller Kraft, das ist schwierig. Ja. Ich muss genau die richtige Kraft haben. Da müssen jetzt... Ja, jetzt könnte der übergehen. Ja, perfekt. Du darfst dich ganz volle Kraft nehmen. Ich glaube, wir wurden an. Sechs Schläge. Ich glaube, ich habe sieben. Nee, fünf. Okay. Das ist so wenig. Noch ein paar drei mit fünf. Das ist da oben. Äh, ja. Ich will sehen. Wow. Zu viel. Ich falle runter, ich wäre drüber gewesen. Ah, fuck. Das war zu viel, ist gut. Oh, wie. Ich komme zurück. Ach, du bist doch rüber, ne? Hm. Ah, zumindest bin ich für die Scheiße. Sprungspartner mit dem ersten drüber. Immerhin ein oder ein paar Boogie. Ja, der war nicht schlecht. Ach, Gott. Ah, falle noch mit runter, komm. Ah, jetzt wird der genau davor liegen, weißt du. Jetzt. Ha, genau die Ecke gewählt genommen. Genau da, so wie ich das wollte. Boogie. Damit ich nicht drauf geachtet bin. Ich glaube, es ist aber genauso gewesen, fünf Leger oder so. Ja, die paar. Ein paar war es sogar. Klonk, 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 klonk. Komm, sind wir jetzt weiter rüber, ja, oder? Ja, Boogie. Boogie, ja. Ach komm, jetzt mit voller Kraft. Gib ihm. Jawohl. Ein paar. Das war ein bisschen wenig. Ja. 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 Oh Gott, nein. Oh, hä? Wie auch immer, der das jetzt gerade gemacht hat. Okay. Paul. Paul. Kaffee. 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 Äh. Äh. Was ist hier dahin? Zu doll. Was ist hier jetzt? Was ist das Loch hin? Ach, du bist da aber außenrum und soft. Hm. Zu flach. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, was ist denn das? Okay, das war ein bisschen zufällig. Ich weiß, wir müssen fast mit voller Kraft herein. Glück ab. Na, vielleicht sieben. Äh, ich war drüber, wurde trotzdem zurückgesetzt. Das war ein bisschen zu heftig. Scheiße. Ich bin hier also zurückgesetzt. Macht Pflege. B least was verschenkt. So, Baby ist Frühlingsanfang? Ja. Ah, das war zu wenig. Alter, roll doch noch nahmarschiger zu diesem komischen Loch doch vorne hin. Ah, das wird zu wenig. Mann. Das ist das falsche. Ich weiß. Ah, Mann. Ja, das sind jetzt wieder Dinge, die mir... Das war zu viel. Ja, ja, das wird ein... Das könnte das Richtige sein, oder? Ja. Ja. Das Geräusch ist ja auch neu. Kann das sein? Hm. Und wenn das Wasser fällt, dieses Geräusch. Ja. Kann das auch noch? Ja, ich weiß nicht, das ist. Ja, das ist. Ja. Niin. es ist knapp jetzt entscheidet das letzte loch ja aber ich habe die letzte mal habe ich auch mit zwei schlägen gepackt 0 und er springt mir wieder raus damit habe ich gewonnen ich hätte mit zwei schlägen haben können das ding ich habe gewonnen nein ich hätte ein vor ich habe ich war vor dir noch ein was sind du machst viel zu dünne ja das war ein tick zu spät du bist schon laden und dann warten bis die lücke da ist und dann drüber spielen war die regenbogen schnur von deinem ball die ist cool okay das ist komplett gedreht weil eben war bei mir nämlich auf 66 bei mir war 66 bei dir 67 haben wir wieder rausgehöpft und werden wir so entschieden gewesen mir hat gerade übrigens der wagen geholfen ich bin da ich bin da auf die schienen gefallen der hat mich so hin gar nicht direkt neben dem loch lag so jetzt mache ich mich wirklich ein bädchen ich habe den soldat da habe ich die auch die rittungsfluss ich habe ein rettungsfluss ernsthaft Oké da ja genau